ja moin moin leute weiter geht's mit mist survival in der letzten folge haben wir endlich geschafft unsere erste mission zu packen nämlich den anhänger ans auto anzukoppeln und den autostartplatz zu machen und wir haben es jetzt endlich die frage ist ob wir hier noch ein bisschen umbauen ein stein es ist früh am morgen und wir können ganz entspannt ein wenig rumloopen und gucken was wir so für schöne sachen finden aber ich werde noch mal kurz hier ein bisschen loopen doch fick dich da war bei mir So. Natürlich zwar noch ein Haus. Ja, okay, Sandkasse. Ist sogar ein Hänger noch da? Ja. Ist da ein Kalle? Ist das ein Kalle? Ist das ein Kalle? Ist das eine Lauf? Und Steine, yeah. Tür aufgelassen. Die müssen es sowieso mal leer machen. Tür aufgelassen. Tür aufgelassen. Tür aufgelassen. Tür aufgelassen. Das ist Halle. das behalten wir mal drin ja leer halt ne aber ich hab ja eigentlich so wie so ein häusern findest du eigentlich mal holz feuerholz generator ok ja gut machen wir alles für den wohlfühlfaktor was haben wir denn hier schönes wir haben das brecheisen bis jetzt noch gar nicht gebraucht bisschen dunkel ja auch ein schönes häuschen mit bett zwei kommunen im schlafzimmer das ist nicht schlecht das ist doch echt platz schönes Haus für eine base das ist nicht ganz rein gut machen wir mal holz das ist schon wieder voll ja oh schon drei davon alles her insbesondere die steine Wir müssen mal einen Baum fällen, da kommen wir nicht drum rum. Wir müssen mal einen Baum fällen, aber wir müssen mal einen Baum fällen. Aha. Und Durstich. Yeah. Fertig. Ich finde auch fünf Steine hier. Weil ich aber auch noch gar keinen Rucksack gefunden habe hier zum Erweitern. Macht mich fuchsig. Steine. Okay. Oh, aber fünf. Das ist der fünfte. Ja, Durstich. So, die Frage ist, was machen wir jetzt? Wo eiern wir jetzt mal hin? Was gucken wir uns jetzt mal an? Also, das Haus hier ist schon mal ganz geil als Base. Was ist hier hinter noch? Okay, mal kurz hier über den Berg gucken. Wald. Die Straße. Bleib claim dat schonmal. Das ist ja ganz cool dat Häuschen. Du bist echt gut. Du bist auch jetzt nicht so. Du bist der Fahrrad. Du bist der Fahrrad. Du bist der Fahrrad. Wie ist denn jetzt? Wir müssen doch jetzt mal wieder den Wasserfilter kochen. Dann mal wieder den Wasserfilter kochen. gedöhnt fertig machen noch einen Eimer der falsche das machen wir immer noch ganz entspannt noch ein Stein den Eimer brauchen wir noch einmal und wir brauchen hier noch den Aufsatz Hammer perfekt geil jetzt können wir essen trinken machen hierfür zurück mache ich noch die Werkbank dazwischen mit denen muss ich mir noch irgendwas einfallen lassen worauf will die nicht gehen aber man könnte vielleicht halt falsche Taste könnte nicht nur vielleicht das geht sogar ist doch geil na denn Mann nicht M einmal mal 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 Jawoll, Alter. Das passt auch noch rein. An den komm ich auch easy ran. Geil. Die ist aber groß. Oh, wir haben Nebel. Die wird erstmal angebaut bleiben, mehr aber auch nicht. Alter, das sieht doch mal geil aus. Ein schönes Zuhause. Ein so Ding passt hier auch noch hin, wenn ich es noch finde. Gucken, ob ich noch schlafen kann. Jawoll. Das ist doch super. Oh, da stirbt noch einer. Den müssen wir lupen. Da brennt er. Er hat nichts. So, gut, dann müssen wir jetzt das Ding mal langsam anschmeißen hier für Wasser. Und einen Bären können wir langsam vielleicht auch mal töten. Was haben wir denn an? Essen wird knapp. Ja, zwei Salz, da können wir noch nicht viel pökeln. Da müssen wir noch ein bisschen mehr luden. Luden, luden, luden. Was haben wir denn mit dem Band? Ich glaube, das ist das erste Ding zu kennen. Halt. Einmal hatten wir hier, glaube ich, noch einen fitten Schrank. Das kann mich auch ühren. Oh. 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 auch noch mal 4,5. Ich glaube hier hat ich jetzt schon alles mitgenommen. Alles wohl doch nicht. Ach, hier oben. Schling. Das haben wir schon nicht plündert. Oh fucken. Dein Ernst? Es steht alles auf dem Kopf. Oh. 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 Ein Stücker. Dreck. Ein Wagenheber. Den hab ich hier doch irgendwo gesehen. Glaub ich. Wir müssen hier mal gucken. Vielleicht doch endlich mal einen Rucksack finden. Oh nein. Ich glaube hier vorne irgendwo. Den nehmen wir noch mit. Sagt der Tacho hier. 17.05 Uhr. Gut. Wir machen dann hier an der Stelle mal eine klitzekleine Pause. Piepen. Musik. 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 Untertitelung des ZDF, 2020